Und das ist das, wo wir eben Vorbestanden haben, wo die Wirtschaft drin ist. Das ist das hier. Das war früher auch, vorm Krieg, alles Wohlenlugger. Achso, und dann wann ist das Dogenlugger? Platten zugedenkt und so weiter. Und das hier war alles zerstört. War das auch dieser Feuersturm? Wir werden doch nicht ganz zufrieden sein, auch nicht mit der Torausbeute. Bomben, dieser 44, oder wann ist das komplett zerstört worden? Ja, ja, das war ja... Ja, ja, das war ja... Wir werden doch nicht ganz zufrieden sein, auch nicht mit der Torausbeute. Die Torausbeute Die höchste Lustgefühle bereitet, Haaren dabei zuzusehen, wenn sie auf Tonfühlung gehen, gießen Anhalas Liebespiel im offenen Raum. Beobachtet zu werden, tagt die Akteure genauso an wie die Vorhörer, die sich wie hier dezent im Hintergrund... Ich sehe, wie mir die Leute zugucken und ich bin unheimlicher Exhibitionist. Und allein, dass sich die Leute da draußen, dass es hier anmacht, was ich hier tue, das macht mich dann noch mehr an. So, wenn man jeden Tag an dieser Stätte der Erotik ist, dann sieht man schon über vieles darüber hinweg, aber das Schöne an der Geschichte ist, immer neue Leute... Was ist denn da drin? Wissen Sie das? Ja, ja... Ja, kann ich nicht sagen, auf jeden Fall ein paar Jahre nach dem Krieg. Ein paar Jahre nach dem Krieg? Aber seit... Wir kennen so gerne und die Menschen, die kommen, die finden wir ehrlich und erzählen sie wenig wie Freunde zu uns. Das ist hier unerwünscht. Tipps und Hinweise zum kluglichen Empfinden einschlaufen. 1875. Aha. Das ist hier hier runter. Hat gebrandt. Die Vanille, die waren bis hier sehen. Waren alles schon 1875, ne? Ja. Und der ganze Übergang abgebrannt und es waren Fachwerkhäuser, die haben es schnell nicht gelöst. Da haben Sie es gesehen. Das ist ein Bild vorm Krieg. Achso. Von unten gesehen sind die Aufnahmen hier, das ist hier dieses Haus, das steht hier, das ist da, das ist hier. Das war früher auch, vorm Krieg, alles Wohnungen. Ja, kann ich nicht sagen, auf jeden Fall ein paar Jahre nach Krieg. Ein paar Jahre nach Krieg. Kein sage, es schimpft wie ein Rochbanz. Michael Reilly, alles andere als ein Überleiter der heutigen Partie, mit vielen wackeligen Entscheidungen, mit einigen Fehlentscheidungen. Halos, der Wirt, der ist doch der Grieche. Seit wann ist der denn da drin? Ja, der ist so lang, seit den 70ern, 30 Jahre. Ja, ja, Schätzungsversatz, der ist damals rübergekommen, wie viele Ausländer hier rüberkommen zum Arbeiten, hat auf den Wendlerwerken gearbeitet. Ja, und später hat das dann sich ganz selbstständig gemacht als wir, ja. So ist es nach dem Krieg, aber dann von oben gesehen, die Aufnahme ist jetzt von oben. Ach so. Ich rasse hier runter, ne. Wo wäre jetzt? Und dann reißt heute die andere hoch, alles klar. Die Wege noch nicht ganz zufrieden sein, auch nicht mit der Toraus heute. Die Wege noch nicht ganz zufrieden sein, auch nicht mit der Toraus heute.